Es wird langsam konkreter bei uns im Openair, heute, die Leinwand aufhängen. Das hier hinten wird unser Openair. Das heißt, immer wenn schönes Wetter ist, zeigen wir den Film draussen. Wenn es regnet, können wir rein. Bis jetzt war es so, dass wir immer so einen Beamer in die Mitte gestellt haben auf einem Gestell. Aber das ist nicht so cool, weil wir haben nur DVDs oder Blu-rays zeigen können und keine aktuelle Filme. Und jetzt, in diesem Jahr ist es so, dass hier, wo jetzt die Baustelle ist, kommt in den nächsten Tagen ein Häuschen, eine Projektionskabine, wir kommen mit einem neuen Projekt darüber. Das wird super. Wir können aktuelle Filme zeigen. Und wir zeigen durch die ganze EM, durch die Spiele, Public Viewing, Fussball, es wird cool. Es kommen noch Pflanzen, es gibt Liegestühle. Ich bin auf dem Weg zum Bruno Streik, um noch schnell zu weit wie im Tiny House zu schauen. Ich habe etwas gefunden, das mir gefällt. Weisse Wände, dunkle Loden. Ich kann nämlich die Sachen bestellen. Dann kann ich nächste Woche ein Openair vorbereitetes Tiny House fertig bauen. Die nächsten paar Wochen werden ein Desaster. Ich habe keine Ahnung, ob ich es herbringe, jeden Tag einen Vlog zu machen. Aber ich freue mich, mal schauen auf's klappen. Bis zum nächsten Mal. Einen